Habt ihr ein größtes Maß an den Kopf? Ich habe keine Sache in diesem Vergleich schon zu machen, dass ihr so seid. Das kann ich aber so ganz gut an. Das ist einfach so. Ich kann euch zeigen, was wir haben. Die machen ja gute Handys. Ich habe keine ganzen Gellecke mit der Überflucht zu verhalten. Ja, da gibt es wirklich eine Gellecke hier. Was hast du denn? Ich mache unter Minis und alles klar. Aber man muss ja ganz ehrlich wissen. Nee, aber... Ich weiß nicht, dass ich mich nicht schlafen kann. Das ist ein bisschen schlafen. Das ist ein bisschen schlafen. Also bei meinem Gesicht sind es aber vieles hier. Ich kann tägliche Tinkern rein tun. Ich weiß nicht, dass ich... Ich weiß nicht, dass ich bei meinem... Ich habe jetzt... Ja... Da habe ich so einen Tiefkontakt gekriegt. Und da ist jetzt nicht so viel gekriegt. Und... Da habe ich extra Hände hoch. Ich habe wirklich... Ich habe wirklich meine Nummer aus Wechseln gekriegt. Also... Ich bin nicht nur mit dem Arbeit gekommen. Aber das haben meine Eltern... die haben ein Handy. Wir haben gleichzeitig noch ein Testen. Ja... Ist jetzt eigentlich auch das nachher. Ach so, aber... Ach so darf man auch... Ach so, jetzt kann ich auch mal ein bisschen Hände hoch. Ich kann mit dem Handy hin bis zum Kuh holen... ... also über den Handy vor der Familie... ... scatieren, würde man so irgendwie in der Tiefkontaktung... Ja... Wo Böge kann ich auch noch mehr... Wo Böge... Wenn ich das Handy nicht habe, ist dann ja noch mehr. Wie mit dem Handy nicht habe ich dann ja auch noch... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020